so jetzt wiegen wir als erstes mal die ganzen arbeitsmaterialien ab jetzt machen wir hier 12 gramm oder ziemlich genau möglichst 12 gramm in die schale richtig ist arbeitssicherheit und schule hatte gleich einer geschrieben und eine brille auf der schutzbrille als die bierflaschen wir ins auge springen sicherheitsschluss so dann räumen wir meine einmal mit harz ab wollen wir einmal das spretter kurz an wegen alles machen wir da zweite lagen auch so lassen dann hat dreieinhalb vier minuten wollen zuerst die querruder bereit ein dann den rest wegen ein spritthaus streifen 20 mm breit aus 50er gewebe rein sollen das meiler den rest den wir jetzt hier abschneiden nun gleich für die querruder verstärkung für die endverstärkung vom wurfstück bereich ja 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 Das war's für heute. Dann rollen wir die Wurfstiftverstärkung ein. Dann wird fertig. Und wir haben noch etwas Harz über. Bei dem zweiten Mal abwiegen, nehmen wir nur 7 Gramm. Fragt sich manch einer warum. Weil circa 5 Gramm immer in der Rolle verbleiben. Deswegen heute beim ersten Mal, mehr Harz genommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir können trinken. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird man nicht pinkeln. Da ist zu wenig Harz. Oh. Tja. Manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Das war's für heute. Das war's. So, jetzt lege ich das mal anders hin, damit man das sehen kann. Hier haben wir den vorbereiteten Kern. Hier haben wir mal etwas Harz ab. So, jetzt lege ich das mal. 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 Jetzt noch mal mit der feuchten Rolle abgerollt. Damit kann man den restlichen Schleifstoff runternehmen. So, jetzt nehmen wir noch einmal mit dem Zebra überschüsselt die Gewebe vom Meiler. So, in diesem Bereich ist die Verstärkung. Hier haben wir noch ein bisschen Harz drauf. So, jetzt lege ich das mal. 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 So, und in der Klebestreifen. Dann festen die zwei das zusammen. So, und dann festen die zwei das zusammen. So, nun kann der kaum in den Sack. So, hier haben wir einen vorbereiteten Wack für den Sack. Dann legen wir jetzt andere. Wenn wir rein. Ich freue mich, dass... Na ja. Zwiebel ist schon weg. Hilfe? Zwiebel. Zwiebel geht es nicht. Zwiebel. 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 So, jetzt der ganze Kram wird alles beschweren, mit anderen Gewichten. Die Kram ist knapp 0,9, aber nicht ganz dicht. Der Kompressor zittert noch, aber wird ausbreiten. Die Kram besteht aus einer 40 Watt und einer 25 Watt Birne zu. Bereichen wir mit der 37 bis 40 Grad. Feierabend. Wir wiegen nochmal die Reste. Also unsere Arbeitsmittel. So, dann haben wir ziemlich genau 28 Gramm Rest. 17 Gramm pro Fläche an Harz. Auf beiden. Und jetzt musst du noch sagen, wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Ne, um Gottes willen. Abonnieren. Uh. Unruh.